Jetzt die Strecke, die ist besonders. Ach nein. Oh je. Bergab, bergab keinen Boost sind. Ist das die Strecke? Ja, oder? Wenn ja, bergab keinen Boost sind, wenn das die Strecke ist. Was? Wir wollen Corona-Kaoten wirklich? Hä? Immer abstürmen. Zwiebel wieder. Ja, mach ich. Okay, make me also mit Boost runter, Breran. Wenn das die Strecke ist. 25,5% wollen es nicht, also auf keinen Fall. Und auf jeden Fall 51,5. Also haben wir eigentlich schon verloren. Geh mal. Es wird eh nicht kommen. Ich kann dir auch was zeigen. Warte. Von was rede ich da gerade? Wegen dem Feuerwerksverbot da. Ah, uh, ist ja doch das Thema jetzt. Ich habe mich schon vor zwei Monaten gesorgt, dass das Thema kommt. Warte, ich muss kurz mal ein Headset ausmachen. Allein, ich habe zu spüren, zufrieden. So, die erste Kurve wird wieder richtig scheiße. Und was ist eigentlich, wenn man jetzt eigentlich ein anderer nimmt? Das ist schon wieder schlimm. Abstand halten. Ich werde jetzt voll bei Zeran reinziehen, aber... Jol! Was war das denn? Zeran kam mir weg, ich kam mir weg! Oh, Vorsicht, Vorsicht! Direkt von K.O. Oh, sorry, sorry. Aber ich hab mich noch ein bisschen wieder hingezogen. Alles gut, alles gut. Rennen halt. Wir sind an Wien. Oh, Alarmazin! Niemals Vorsicht! Ja, was sagst du? Ja, klar! Ja, klar, ich... Bitte, Beweis. Was? Kürzeran wird dein Käppernzellenfall überholen. Naja, natürlich. Warum auch nicht? Ziemlich sind wir die nicht schon mal gefahren, die Strecke? Also, so mal? Kennt ihr mir komplett wieder? Ja. Die sind alle schon mal gekommen. Wenn du hier gleich da knapp nicht zündest, fliegst du raus. Wenn du hier zündest, wo ich jetzt bin. Achterbahn! Ähm... Ich trau mich gar nicht, wenn du hier mitzündest, mit dem scheiß Boost hier. Hast du aber noch Geld. Ja, ich weiß. Ja, wow. Ja, geil. Ich bin komplett tot. Also, auch meine Karosserie ist... Komm mit am Arsch. Aber ist auch nicht fertig. Oh shit, nein! Ey, gut, dass ich Abstand gehalten habe. Ich mach den Probeller. Ich hab schon sowas geahnt, ey. Ich hab extra meinen Boost hier gezündet. Hä? Ja, ich bin Sechster. Die Strecke gefällt mir. Ja, geh mal, liegt auch schon wieder auf der Seite. Das ist dann... Hier fahr ich auch überall Vollgas, außer für zwei Kurven. Ja, komm. Ja, ich hab ja schon wieder auf der Seite. Ja, ja, das ist okay. Die Strecke ist geil. Aber ich bin aber zum Schlecht zu fahren, Alter. Zu dumm zu fahren, Alter. Ich werde mir das Auto kaputt machen, wenn ich weiter zu fahren. Ich kann aber auch nicht fahren, hier in dem Spiel. Das... Weiß nicht. In der 44 Sekunden bin ich vom Ceran entfernt. Krass. Bei mir sind es die ganze Zeit 2-3 Sekunden. Aber ich lass mich daran. Das ist seit ich schon seit... Seit ich das GTA spiele, also allgemein, in Rennen hab ich einen Unfallgruppen und hab nie jemanden wieder aufgeholt. Nie. Ich weiß nicht. Ja, aber sonst ist ja aufholen... Ich weiß nicht, was es ist, aber... Auch beim Aufholen, ne? Obwohl, ich hole ich kaum einen auf. Also wenn, wenn es ist oder so. Es ist irgendwie komisch. Von meinem Abstand bleibt im Vergleich zu haben. So, jetzt kommt's drauf an. Muss man in die Box oder muss man in die Box? Ja. Boah. Boah. Kann'n gut fahren. Wer fuhr denn da hier gerade, als Geisterfahrer? Ja, ich glaub, es war geil wahrscheinlich. Ich hab's nur um den Punkt gesehen. Auf Kürbens. Fakt so. Müsst ihr gerade aufpassen, dass ihr euch nicht reinfahren. Ja. 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 Das kann aber trotzdem noch. Das entscheidet die Regierung selber. Ja, ja. Ja, die sind von der Regierung, oder? Ja, die sind von der Regierung, siehst du auch jetzt. Ihr könnt Weihnachten zusammenfeiern, ihr könnt Weihnachten mitfahren und bleibt zuhause. Ja. Ja, also, während Weihnachten wollen die meisten eher als Silvester. Dafür bin ich aber auch. Du hast einfach Weihnachten gefühlt. Ja, Weihnachten auch nicht. Ach Gott, das ist super. Ab Sommer. Andere Ecke reingeblieben. Jetzt hab ich keinen Flügel mehr. Oh, nein. Ich glaube nicht. Ach, du auch? Ich glaub ich war. Ich hab bei der Dame reinge... Ja, da. Hab auch verloren. Ah, jetzt kann ich Kurven überhaupt nie mehr nehmen. Können wir gleich zusammen in die Box fahren. Oder hab ich wirklich einen Boxenstopp frei. Ja. Das ist gut, wenn du in den Platz bist. Und das ist halt das Einzige Gute an... Ja, okay. An den Oblivirien, dass man... Wenn man in die Box fahren muss, hat man eigentlich relativ gut... ...bitte Chance irgendwie aber im Wasser aufzuholen. Deswegen sind es ein paar Sekunden. Oh, jetzt kann man echt gar keine Kurven nehmen. Das ist so schlimm. Ich meinte auch gerade die Kurven. Also nicht. Hotze, haben wir sie auch in die Box? Hab ich... hab ich gerade gesehen? Ja. Na, weil die Reifen da sind. Alter! Ich müsste... Eigentlich müsste ich jetzt auch schon fahren. Ich müsste... Ich müsste den Berg runter. Du hebst ab. Hab ich ja gesagt. Achso, ohne Flügel ja. Ohne Flügel, ja. Ohne Flügel ist noch schlimm. Zu der Tat immer. Ja. Wer ist denn das? Mann. Scheiße. Das fährt nach vorne. Ja. Das fährt nach vorne. Ja, stimmt. Ach, Psycho. Ey. Aber wirklich, in der Sekunde, wo du sagst, nicht so viel Speed da... Ach, Psycho, fahr ich vorbei, aber ich muss eh nicht kurz. Nö, Mann. Also ich... Ich versuch's mir hier durchzufahren. Ich drück mir Platz nicht raus. Okay. Ich bin nicht zu sehen. Ja. Und hier fahr ich halt überall durch Boost. Ja, mach ich auch. Ja, mach ich auch. Sogar mit Boost sogar. Mit Boost. Boost fahr ich die Kurven, ne? Mit Boost. Nein, die Kurven durch mich nicht, aber halt die gerade strecken halt. Das ist Töte für mich, wenn ich mit Boost durch die Kurven fähig. Da hilft's da ja... Da... Da... Hat sich mein Boost jetzt nicht aufgeladen? In der Box. Hey, ich stand richtig und mein Boost hat sich Null aufgeladen. Oh nein, scheiße. Weh. Aber ich bin an Zahna hingekommen. Das ist gleich der Mann. Krass, ich wäre sogar fast nach wo zu Rahmen gekommen, wenn ich jetzt ne... ... so wie lange gestanden hätte. Ja. Einfach schreien dazu. Äh... Zeran, ne? Schon vor mir. Den hole ich nicht mehr ein. Ich muss sagen, bei dem Rennen bin ich jetzt genauso schnell wie Zeran. Also hier haben eigentlich keinen Unterschied. Leute, haben einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, ich bin jetzt Zeran eingefahren. Okay. Warum fährst du denn mal als Geisterfahrer hier? Nein, ich war grad in der Box und jetzt muss ich nochmal in die Box. Und ich hab keinen Flügel. Scheiße, ich darf nicht so schnell fahren. Das hebe ich ab. Unsere Chance, ja. Jo. Ja. Ja. Siegen. Von 30 auf 26 sind schonmal hingearbeitet. Alter. So. So, ich mach das, was niemand halten wollte. So, ich mach das, was niemand halten wollte. Ja, ich mach das, was niemand halten wollte. Das ging runter. Ja, ja. Gerne ausgewichen, aber es ging nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, bei der einen Kurve, wo man da runterfährt und dann um die Kurve fährt und um die ganze Enge, da bin ich immer total außen. Komisch. Ja. Ist doch noch 15 gekommen. Ja, aber wir kommen hinterher ran, wir waren ja jetzt grad schon. Oh doch. Wir kommen ran. Ne, wir sind ja jetzt in die Box, außer wir greifen uns gleich. Ja. Also wär ich dort nicht kaputt gegangen, dann hätte ich safe gegangen. Hätte noch eine Ausweichung dabei. Aber stimmt. Der muss gleich in die Box fahren. Alter, zwei Sekunden. Okay, wir haben nur noch zwei Runden, da kommen wir wirklich nicht mehr ran. Mh, bei mir sind die... Bei mir sind die Heider ganz. Bei mir sind die Reifen Dings, wie heißt's, äh, schon... Da sollst du in die Box fahren, wenn die Dings sind. Ja, da sollst du in die Box fahren, wenn die Dings sind. Ja, da sollst du in die Box fahren, ey. Noch ein bisschen Gelb, aber ein bisschen Rot hat schon. Ja, die Rot werden, da sollst du in die Box fahren. Na gut, wir gehen zwei Runden jetzt noch. Okay, dann fährst du. Ja gut. Lässt du uns vorbei. Ja, ich werd zwölf. Oli werde ich noch... Werde ich nicht mehr kriegen, glaub ich. In zwölf Sekunden. Wird sehr schwer werden. Alter, das wird nicht... Ich sag euch jetzt schon. Zeran wird mich abstoppen und sie wieder überholen mit uns schon. Hoffe ich mal. Das wird passieren, ja. Obwohl die hier vorne bin jetzt. Ja, komm. Komm, ich muss nur genauso schnell von uns erhören. Nein, ich fahr kurz mit der Box rein. Ich habe eigentlich nicht zu. Alles genau. Das Ding fliegt einfach an der Kurve, ey. Ja. Ich fahr auch da draußen. Ja, ich... Zu Oli sind 70 oder 80 Sekunden. Kann ich vergessen. Wer ist das hinter mir? Zeran. Ja, komm, ich lade dich vorbei. Komm, fahr vorbei. Gut. Okay, Jan. Jetzt komm ich an dich nie mehr ran. Oh, Jan. Ist sie gut, aber... Ich bin... Merkhofer aus der Kurve rausgeflogen, obwohl die Leitplanke so niedrig ist. Vorsicht, Zeran. Ich komm auch nicht ran. Gut, ich schaff da auch nicht mehr, weil sie eben sind. Aber jetzt wird die Zeit schon wieder höher. Vorsicht. Ja, wie schon gesagt, wir hatten kaputte Dinge. Mussten nochmal einen extra Boxen-Stop machen, aber jetzt können wir ja wieder auf Schnellock fahren. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie viele Kurven ihr hier bremst. Wie schon gesagt, zwei Kurven. Also, ich brems auch kaum. Nur in diesen Schikanen. Ja, zwei Kurven. Wo ich bremse. So, hab ich gewonnen. Hab ich gewonnen! Na klar, jetzt hab ich nicht gewonnen. Na klar, jetzt hab ich nicht gewonnen. Egal, es ist 6 oder 4 und 2. Ja. Kann die Karotte riechen nicht bestimmt, wenn da kommen wir beim Arsch schon wieder. Oh, Zeran, bist du kaputt gegangen, wo ich dich weggerammt hab? Oder bist du kaputt gegangen, wo du die Wand gerammt hast? Na komm. Ich meine, bei mir ist es vorher keine Absicht, dass ich in dich rein bin. Ich meine, bei mir ging ja auch was gebrüht. Achso, durch die Wand. Und das heißt, hätte ich gewartet, dann hätte ich dich einfach easy überholen können. Okay, ja egal. Aber ich hab, ich bin noch extra gebremst und wollte links und du bist halt in dem Moment rückwärts geworden. Da kann ich nichts machen. Jetzt guck ich mir mal die Runden an. Okay, ne, diesmal hast du die schnellste. Ja, wie schon gesagt, zwischen Xeran, wir waren relativ gleich. Aber wir waren alle gleich, guck mal. Guck mal meine Zeit an, ich hab ja auch noch mal richtig losgelegt, jetzt am Ende. Ja noch? So, ich hab's wieder bei der Reifen. Das meine ich ja. Ja. Ich meine, ich hab's ja die Merkwärts heran, denn wir waren immer gleicher Abstand. Ja. Das heißt, ich hätte dich, wenn wir ein paar mehr Runden gehabt, hätten sogar noch holen können, Jan. Ja, du musst immer denken, die Runde ist gerechnet, wo du maximal Boost hast. Also immer, wenn du in den Boxen da sind hast, wo du da als Fädenrunde, wo du den Boost bekommst. Hm. Denk ich mal. Zumindest ist es bei mir so. Weil man ja dann von dem Boost hat. Ja, man die wende, ich auch. Fuck. Egal. Alter, das war aber wirklich viel knapp zu haben, ja.